Und dann möchtest du noch etwas ergänzend dazu sagen? Ja, ergänzend sollte man vielleicht nochmal sagen, dass wir das große Glück haben, dass wir hier vor Ort eine Werft haben. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie wir das bewerkstelligen ohne eine Werft vor Ort. Wenn wir jedes Mal für kleine Reparaturen irgendwo hinfahren müssen, wäre das für eine ehrenamtliche Mannschaft nicht zu leisten. Also das ist unser großes Glück und deswegen auch unser Dank an die Hitzerwerft, die uns immer wieder gerettet hat. Danke.